Die erste Semesterferienwoche lief in den Skigebieten vor allem in Salzburg und Tirol gut. Die Auslastung betrage 80 Prozent und dürfte auch bis zum Ende der Wintersaison so hoch bleiben. Das geht aus einer Einschätzung des Tourismusministeriums hervor. In anderen Skigebieten sei die Auslastung hingegen derzeit etwas niedriger. Der langfristige und in Corona-Zeiten verstärkte Trend, dass Buchungen immer häufiger sehr kurzfristig erfolgen, bestätigt sich. In den letzten sieben Tagen seien rund 40 Prozent der Buchungen auf eine Anreise in den folgenden vier bis sechs Wochen entfallen. Es werde derzeit also noch aktiv für Februar und Anfang März gebucht, so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Köstinger sieht den Tourismus auf dem besten Weg der Erholung. Die Wintersaison sollte durch die Ferienzeit und den hohen Anteil an Stammgästen daher zu einem Aufordnen führen, sagt sie. Auch die Nachfrage aus Deutschland, den Benelux-Ländern, Großbritannien und Skandinavien sei in den letzten Wochen deutlich gestiegen.